dann mal ab richtung heimat es wird ja auch langsam zeit so wir sind jetzt hier davon ist wasser dann gehen wir in diese richtung erst mal so lange ich nicht auf dem berg drauf muss der ist mir etwas zu hoch scheiße erschreckt mich nicht so was ist das speck stein und hier geht es in eine höhe und hier nur durch einen durchgang da habe ich mich eben erschrocken was ist das da vorne gar nichts gar nichts gut dann gehen wir mal hier entlang ich fall da nicht rein aber wir laufen ja schon wieder komplett in eine andere richtung als nach hause wir müssen hier lang heißt wieder durchs wasser gut dann mal richtig ja dann gucken wir mal davon ist noch ein bisschen land naja aber wirklich nur ein bisschen und ein fliegender stein juhu wir müssen jetzt eigentlich nur in die richtung und dann müssten wir aber auch gleich da sein was ist das da was ist denn das ich muss ja mal kurz runter was oh ich muss hoch ich muss hoch ja ist gut hier so unter wasser stadt kann ich hier drauf low stone alter wie geil ist das denn hier ist eine riesige unter wasser stadt das markiere ich das ist sehr wichtig unter wasser atlantis fertig fertig wie geil ist das denn also ganz ehrlich ich muss unbedingt nach hause stopp muss dann mal gucken ob es irgendwas gibt dass man unter wasser atmen kann weil wir müssen das unbedingt erforschen so wir schwimmen was war das höhle höhle halte ist das geil gut wir schwimmen jetzt erstmal nach hause und zwar in diese richtung dann gucken wir mal ob wir irgendwas herstellen können dass wir unter wasser atmen können ich weiß nicht ob es da ob man da eine extra mod für braucht ob man das einfach so bauen kann aber aber da hat es sich richtig gelohnt hier entlang zu schwimmen das ist geil also habe ich bisher auch noch nicht gesehen das ich will das erforschen ich muss das unbedingt mir anschauen da tue ich auch gerne meine vollen rucksäcke irgendwo hin und direkt wieder zurück aber das muss ich mir angucken so hier sind wir wieder an land so schauen da vorne ist eine höhle waren wir in der schon drin oder waren wir in der noch nicht drin ah jetzt weiß ich wieder wo wir sind hier haben wir nämlich unsere unsere rucksäcke gefarmt da vorne steht sogar noch unsere kiste und unsere fackel äh unsere werkbank und unsere fackel das ist ja cool so wo müssen wir lang wir müssen einfach nur in diese richtung dann schnell nach hause ich will jetzt nicht rennen dann verbrauchen wir unnötig essen was ist das glattes schlickgras so na komm wir rennen ein bisschen und gucken mal dass wir ein bisschen flotter nach hause kommen sind wir überhaupt noch richtig ähm kurz auf die karte gucken jo wir sind auch richtig da vorne ist der wald den wir als erstes benutzt haben um holz zu sammeln aber das ja ich hoffe mal wir brauchen es erstmal die nächste zeit nicht gleich kommt wieder au hier waren noch die ganzen dornen au so jetzt einmal hier entlang und dann sind wir gleich daheim das war eine richtig richtig lange aber auch geile reise muss ich schon so sagen so können wir hier an land wieder ah trautes heimglück allein so wir haben es geschafft wir sind wieder zu hause ah ist das nicht schön unser hässlicher klotz steht da oben ja hier ist ein bisschen was an blumen gewachsen Textilgarten hier ein paar Gänseblümchen kein Leinkraut unser Essen ja das konnte ja nicht wachsen während wir weg waren da konnte nicht viel wachsen wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir sind zu hause angekommen so das erste was ich mache erstmal das zeug hier rein die die Workbench die Truhen die Schilder Cypress wo haben wir denn die auf einmal her hä hä wo haben wir denn die oder war das unter Wasser gewesen ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung das die Rucksäcke können wir die auch hier ja die können wir auch hier rein machen ähm Schuppenbaum Farn Herstellung Hängepflanze Herstellung Farnpulver Eelgras äh das ganze zu hauen wir jetzt erstmal unten rein und äh da zack 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 für das Essen also ich habe das mir so vorgestellt Küche wollen wir natürlich auch haben ähm Truhen so für die Küchen machen wir noch irgendwann mal einen richtigen Kühlschrank aber erstmal tun wir das Essen was fertig ist hier rein so die Tür hauen wir auch erstmal hier rein die restlichen Truhen auch das sieht scheiße aus deswegen nehmen wir die Truhe wieder mit so zack rein gut äh noch was zu essen reinhauen das Rennen hat doch gut gezogen so so in der nächsten Folge schauen wir als erstes kann man Monster Spawner herstellen scheinbar nicht sonst wird es nämlich angezeigt werden ah mit Stock und Kohle kann man auch Blumen herstellen ne hab eben schon gedacht gut in der nächsten Folge werden wir erstmal schauen ähm ähm dass wir ein bisschen Sand einschmelzen Gläser kriegen dass wir hier endlich mal zu machen können und dann werden wir auf jeden Fall schauen ob es irgendwas gibt mit dem man unter Wasser atmen kann damit wir zu dieser unter Wasser Stadt zurück gehen können gut dann heißt's schlafen gute Nacht j